Zwei Minuten schon gesehen, gebe ich zu. Und jetzt gucken wir mal der Influencer über Lockdown und CDU. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass kein zweiter Teil von Influencer vs. Influencer kommt. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass kein dritter Teil von Influencer vs. Influencer kommt. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Influencer vs. Influencer. Heute habe ich euch einen ganz besonders dämlichen Influencer mitgebracht und seine Hot Takes zum Thema Corona bzw. Lockdown light. Ähm, das ändern, warum es mir schlecht geht? Meine. Ich weiß, dass das ein kontroverses Thema ist und sich viele vermutlich denken, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Allerdings habe ich mir auch meine Gedanken zu dem Thema gemacht und möchte mich hier ebenfalls am Diskurs beteiligen, weil ich es wichtig finde, dass auch solche kontroversen Themen von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet werden. Ist ja das Schöne an Demokratie und Meinungsfreiheit, oder? Alle meine Quellen habe ich in der Beschreibung verlinkt und das sind auch alles Mainstream-Quellen. Das ist jetzt nicht die Telegram-Gruppe von Attila oder so ein Schwachsinn. Und kurz zur Einordnung, Finger weg von der Tastatur, disliken oder kommentieren könnt ihr am Ende immer noch. Hört mir bitte erstmal zu. Ich glaube, dass es das Coronavirus gibt. Ich glaube auch, dass es gefährlich ist. Ich glaube auch, dass es nicht von irgendeiner Regierung absichtlich gestreut wurde, sondern dass es wirklich unabsichtlich ausgebrochen ist. Ich glaube auch nicht, dass sämtliche Regierungen der Welt irgendwie insgeheim unter einer Decke stecken. Es gibt so viele Länder, die sich auf den Tod gegenseitig nicht abkönnen und jetzt plötzlich arbeiten die zusammen. Glaubt ihr selber nicht, oder? Ja, weiß man nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir in einer Diktatur leben. Auch wenn der Gesundheitsminister gerade viel mehr Macht hat, als er eigentlich hätte. Auch direkt für ein ganzes Jahr. Und was er noch ein bisschen verlängern möchte. Aber das ist trotzdem immer noch keine Diktatur. Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen. Vom Bundestag beschlossene Grundlagen und auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist festgestellt worden vom Bundestag. Seht ihr, wie er grinst bei dem Wort Bundesminister, wenn ihm auffällt, dass er der Bundesminister ist? Ist natürlich schon gruselig, wenn man so Personen viel mehr Macht gibt, als sie bisher hatten und sie dann knallhart durchregieren können. Aber es ist halt auch nicht ganz ohne Grund. Ich verstehe schon die Gründe, warum man das gemacht hat. Ist ja auch vom Parlament so abgesegnet, dass sie sich selber da ein bisschen entmachtet haben. Aber Diktatur ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Aber gucken wir uns erst mal Zahlen an. Man hat ja zu den meisten Sachen irgendwo Statistiken oder Zahlen. Und die sind eigentlich ganz interessant. Und zwar ist die häufigste Todesursache jährlich Corona-Reherzkrankheiten. Gefolgt von diversen Lungenerkrankungen und anderen Sprechen. Äh, wie geil ist das denn, dass es einfach Konuare Herzkrankheiten heißt. Alter, das ist ja einfach nur geil, ey. Alter, krank, Junge. Lungenkrebs hat ja schon die Leute weg, Alter. Ja, ich find's eigentlich voll krass, wenn du mal so guckst, ist alleine die ersten beiden, ich glaube, da könnte man die Todesopfer halt locker, sei jetzt einfach mal dahingestellt, irgendwie halbieren oder so, wenn sich die Menschen einfach gesünderer ernähren. Und so Herz-Kreislauf-Sachen, auch so Herzinfarkt-mäßig und so. Ich mein, das kann man ja zum Beispiel richtig gut auch mit Sport halt entgegenwirken. Also klar, es kann immer was sein, ist ja nicht so, dass wenn du Sport machst, da steht auf einmal null Todesopfer, aber es würden wahrscheinlich halt viel, viel weniger werden. Oder auch Lungenkrebs. Ich mein, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der raucht, Lungenkrebs bekommt, aber die Chance ist einfach viel, viel höher so. Das heißt, alleine wenn du halt keinen Sport machst und rauchst, dann gehörst du schon zu den Gruppen von den Krankheiten oder von den Todesursachen, die halt am häufigsten sind in Deutschland. Also das muss man sich mal überlegen. Das finde ich eigentlich voll krass, dass einem die Gesundheit dann so egal ist, dass du einfach das Risiko eingehst, halt da mitgezählt zu werden. Das ist dir einfach egal. Lungenkrebs ist wirklich schon sehr, sehr hart. Ansonsten, weiß ich nicht, sind, ja gut, Lungenkrebs auch, Lungenentzündung auch eigentlich voll viel. Voll krass eigentlich. Auch Demenz. Kopf D, das weiß ich gerade gar nicht, was es ist. Also ich glaube, ich weiß, was es ist, aber... Äh, ich krieg's auch gerade nicht hinzuschreiben. Äh, geil. Ähm, chronic obstruative pulmary desert. Keine Ahnung, Digga. Ah, chronische Lungenkrankheiten. Also irgendwie, woher wenn was mit der Lunge ist, dann ist aber auch vorbei anscheinend. Spesen. Diese Sachen sind jetzt nicht ansteckend, allerdings sind sie schon gefährlich. Es sterben zigtausend Leute daran und man könnte sie mit gewissen Maßnahmen schon deutlich verringern. Das heißt natürlich nicht, dass Corona nicht gefährlich oder nicht ernst zu nehmen sei. Fürs große Ganze ist es allerdings doch ganz interessant, sowas mal zu sehen. Wir behalten es erstmal im Hinterkopf, kommt später nochmal. Dass man dem Coronavirus nun mit gewissen Maßnahmen entgegenwirken möchte, um die Infektionszahlen zu verringern, finde ich natürlich auch vernünftig. Mit der Art der Umsetzung habe ich allerdings so hier und da meine Probleme. Aktuell sind wir ja im Lockdown-Light, der eigentlich nicht wirklich ein Lockdown, sondern ein Shutdown ist. Also im kritisiert er so die Corona-Maßnahmen. Also das, was ich auch immer mache und dekadent reagiert komischerweise immer auf mich und macht mich dafür fertig. Aber wenn das ein Impfen macht, ist es irgendwie ein Ort. Mal am Rande. Und da gibt es folgende Regelungen. Also ich denke, die meisten Leute, die da zu den Todesopfern zählen, sind halt Leute, die halt wahrscheinlich schon älter sind, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, aber dieses COP-D ist das nicht irgendwie so, dass es irgendwie auch schlimmer wird irgendwie mit der Zeit. Also das ist natürlich bei vielen Krankheiten so. Aber ich meine, dass das Schlimmere und weniger Schlimmere, ich glaube, ich habe dazu mal irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, Alter. ...ein bisschen sauer aufstoßen. Zuerst mal bleiben Schulen komplett geöffnet. Und ich kann das verstehen, besonders bei der Unterstufe, dass Leute das wichtig finden, dass Schüler mit anderen Schülern in Kontakt kommen. Aber in der Oberstufe sollte man das doch wohl auch über Internet hinbekommen. Nicht in Deutschland. Die Schulen sind so beschissen ausgestattet, was Medien, Internet und so weiter angeht. Und teilweise wird es sogar verboten. Einer hat mir zum Beispiel geschrieben, er hätte ein tolles System entwickelt, wie er seine Schüler per Videokonferenz unterrichten kann. Hat sich da einige Dinge ausgedacht, hat das ausprobiert, und es hat super geklappt. Dann hat er seiner Schulleitung davon erzählt und die hat das sofort verboten. Videokonferenz, das ginge nicht an der Schule. An einer Schule in Hamburg sind zum Beispiel nur E-Mails erlaubt, die Lehrer über einen eigenen Server der Schule verschicken. An Mailadressen, die die Schüler dann auch auf diesem Server haben. Allerdings ist er kurz nach den Schulschließungen zusammengebrochen und ein Kontakt war nicht mehr möglich. An einer anderen Schule in Hamburg hat ein Lehrer versucht, über Skype Videokonferenzen zu starten, bis der Landesdatenschutzbeauftragte von Hamburg gesagt hat, nein, das geht nicht. Später wurde das zwar teilweise zurückgenommen, hat gesagt, naja, so ganz grundsätzlich ist das nicht, aber erstmal darf in Hamburg nicht geskypt werden. Die Akzeptanz der Corona-Warn-App ist, glaube ich, deutlich gesunken und sie bleibt auf jeden Fall unter ihren Möglichkeiten. Ich kann nur für die CDU-Fraktion erklären, wir glauben, dass wir die Corona-Warn-App weiterentwickeln müssen. Sie muss verpflichtend werden für alle, die ein entsprechendes Endgerät haben. Wir verpflichten die Menschen, ihren Führerschein bei sich zu führen und ihren Personalausweis immer bei sich zu haben und die Brille zu tragen, wenn ein Führerschein ein Stempel ist, dass sie eine Brille brauchen. Das macht halt einfach wirklich keinen Sinn. Wir verpflichten sie zu ganz viel Mitführen von staatlichen Papieren und Unterlagen und ich finde, wir können sie auch Bußgeld bewährt. Dazu verpflichten sie, die Corona-Warn-App runterzuladen. Meine Damen und Herren, es muss zur Pflicht werden. Ja, ich meine, das Ding ist aber auch, mit der Corona-Warn-App alleine, es bringt halt auch nichts, weil du musst Bluetooth anhaben. Also ich zum Beispiel, ich habe die App, ich finde die auch gut, tatsächlich, ich habe ja auch Werbung dafür gemacht, ich hatte lustigerweise ein Placement. Die Regierung hat mich quasi bezahlt, ja. Und ich habe die, wie gesagt, halt auch. Das Ding ist halt einfach, dass ich halt auch voll oft einfach nicht daran denke, Bluetooth anzuhaben oder ich das halt einfach nicht anhabe so und dann bringt das natürlich nichts und wenn ich jetzt rumlaufe, dann wird das halt trotzdem nicht erkannt, soweit ich weiß. Außer es gab irgendein Update, wo die das geändert haben. Deswegen, bei mir steht auch kein Risiko oder ein niedriges Risiko steht da. Ja, aber ich habe halt, wie gesagt, mein Bluetooth deaktiviert. Selbst wenn irgendwas passiert, wenn ich jetzt an einem vorbeilaufe, würde ich es ja dann gar nicht mitkriegen. Auch sicherstellen, dass wir über die Warn-App in Zukunft die Kontaktnachverfolgung digital ermöglichen können. Ein anderer Lehrer hat mir geschrieben, er wüsste überhaupt nicht, wie er seine Schüler erreichen soll. E-Mail, das geht nicht, denn er darf keine E-Mails an private Adressen verschicken. WhatsApp geht sowieso nicht, andere Messenger-Dienste scheiden auch aus und so hat er sich letztendlich dazu entschlossen, alle Einzelnen anzurufen. Was natürlich jede Menge Zeit kostet. Großartig, oder? Man verbietet den Leuten sich mit zu großem... Ja, Deutschland ist, was so Medien und so weiter angeht, halt wirklich einfach so beschissen. Es ist krank einfach, ne? Weil ich weiß nicht, so selbst wenn du jetzt älter bist, musst du doch checken, okay, das ist halt offensichtlich die Zukunft. Also es ist ja halt einfach so. Es ist doch viel leichter, wenn du alles übers Internet machen kannst, ähm, als wenn halt jeder in einem Raum sein muss, so. Und anscheinend, ich weiß nicht, irgendwie die alten Leute, die sind da irgendwie nicht so offen für. Ich finde das voll krass eigentlich, ne? Weil ich meine, diese ganzen Leute, die das entscheiden, halt so Politiker oder Schulleitungen oder sonst irgendwas, das sind halt studierte Leute, weißt du, die haben Abitur gemacht, die haben jahrelang studiert, die sind megalang in ihrem Beruf, die haben die Welt ja auch mitbekommen, wie sie sich geändert hat. Und die denken sich so, nö, Digga, das Internet wird sich nicht durchsetzen. ... aus den Gruppen zu treffen und sagt dann den Schülern, die da vielleicht nicht mal Bock drauf haben, nee, aber das geht nicht. Ihr müsst jetzt alle in einem Raum und acht Stunden da mit der Maske sitzen, wo es eigentlich quasi vorprogrammiert ist, dass der ein oder andere die hin und wieder vielleicht mal runterzieht oder die verrutscht. Und ich weiß ja nicht, seit wann ihr aus der Schule raus seid oder ob ihr da vielleicht sogar noch drin seid, aber die Schulen, wo ich war, nach Hygienekonzept oder nach technischer Innovation sah eigentlich nichts davon aus. Das ist jetzt zum Teil anekdotische Evidenz, aber bei mir hat eine Schule... Also bei mir in der Schule, wo ich war, die wurde jetzt aber auch abgerissen und neu gebaut, da weiß ich nicht, wie es ist. Bei uns konnte man halt die Fenster auch nicht öffnen, beziehungsweise du konntest die, glaube ich, nur ankippen sogar, aber auch nur so einen kleinen Schlitz, so mehr ging halt einfach nicht. Da für so einen großen Raum dann zwei Fenster, die aber auch relativ groß waren, aber dann nur so ein kleiner Schlitz, der da offen ist. Naja, ist jetzt nicht, sage ich mal, das Beste, was man da machen kann, ne? ... aus dem Bekanntenkreis auch erzählt, dass bei ihr an der Schule die Hygienekonzepte nicht so perfekt umgesetzt werden und dass die sogar Sportunterricht mitmachen müssen, weil das ja aktuell so wichtig ist und man darauf nicht verzichten kann, während Sportanlagen größtenteils geschlossen sind und man nicht mal Tennis spielen darf, obwohl da Leute eigentlich per Spielregeln schon auseinanderstehen. Aber Sportunterricht in der Schule, das ist wichtig. Das muss man jetzt unbedingt durchsetzen. Umziehen dürfen die sich nicht, weil man in der Umkleidekabine sich zu leicht anstecken könnte. Deswegen müssen die dann mit den durchgeschwitzten Klamotten weiterhin danach Unterricht machen. Hey, vor allem du kommst, du musst dann in Sportsachen kommen und dann damit den ganzen Tag rumlaufen, oder was? Klingt ja sinnvoll. Super. Ich habe dazu auch einen Brief weitergeleitet bekommen von dem niedersächsischen Kultusminister, wo dann drin steht, Sportunterricht kann ausfallen, muss aber nicht und die Erfolge von den aktuellen Nicht-Schulschließungen und Nicht-Digitalisierung liegen ja auf der Hand. Die Tagesschau vermeldet, mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne. Auf 800.000 positiv Getestete 300.000 Schüler, nur Schüler in Quarantäne. Und Schüler sind jetzt nicht unbedingt die gefährdete Gruppe. Das stimmt. Laut Statistik sterben unter 20-Jährigen nicht wirklich daran, aber was ist denn, wenn die dann nach Hause gehen? Dann ist der Opa vielleicht tot oder so. Wollen wir ja auch alle nicht. Wurde mal wieder großartig umgesetzt. Ja, vor allem man regt sich ja auch darüber auf, oder was heißt man regt sich darüber auf, man sagt ja auch, jo, die Infektionszahlen, die gehen ja gerade eigentlich nicht runter, die gehen ja eher sogar noch ein Stück nach oben, wenn auch nicht mehr so krass wie vorher. Aber klar, das ist ja auch kein Wunder, ich meine, wie viele Schüler in Deutschland gibt es? 10, 15 Millionen oder so, würde ich jetzt einfach mal schätzen, die halt allesamt noch zur Schule gehen, die den ganzen Tag halt mit anderen unterwegs sind, so, die dann halt wieder nach Hause gehen, ihre Bezugspersonen und so weiter haben. Also wenn du überlegst, dass 10, 15 Millionen Menschen halt die ganze Zeit mit anderen 10, 15, 20 Leuten oder sowas dann in einem Raum sind und zu tun haben, ist es doch auch klar, dass sich da halt viele Leute untereinander anstecken, so. Also Kernung, ich kann es ja auch verstehen, dass die Schulen offen sind und dass man die auch so lange wie möglich offen halten möchte, aber man muss doch auch langsam mal merken, dass es halt keinen Sinn macht, oder kriegen die das nicht mit? Aber Erwachsene sind natürlich auch direkt betroffen. Zum Beispiel hat man Museen und Zoos in vielen Bundesländern zugemacht, weil man sich da ja anstecken könnte, obwohl man da ja jetzt nicht unbedingt die Sachen anfasst oder zu nah aneinander steht, aber zu gefährlich, muss man leider zumachen. Modehäuser und Möbelhäuser hingegen nicht. Da kann man weiterhin hingehen, alles angrabbeln, sich in die Läden quetschen und dann sagen die vielleicht, oh jetzt, äh, aber pro so und so viel Quadratmeter dürfen nur so und so viele Leute rein und dann stehen die halt in der Schlange vor dem Laden und man weiß ja, dass die meisten Leute ihre... Ist halt echt so, das war bei uns bei Corona auch so, wir waren einmal bei Ikea, wir hatten Glück, weil die Schlange hat sich gerade aufgelöst, aber wo wir Parkplatz gesucht haben, war da auch halt irgendwie so 10, 15 Leute davor, wo ich mir auch dachte, okay, ich meine, die haben jetzt halt alle so ein bisschen Abstand, aber nicht jeder hält sich da komplett dran und da wartest du halt, bis du da rein darfst. Also Kerne, das macht halt echt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Museen kann ich vielleicht noch verstehen, weil die in geschlossenen Räumen sind, aber Zoos checke ich halt auch nicht, weil da könnte man ja auch einfach eine bestimmte Anzahl von Gästen halt reinlassen, damit die Zoos ja wenigstens nicht komplett pleite gehen oder so. Also zum Beispiel wie in Braunschweig, wenn ich jetzt überlege, jedes Mal, wenn ich da war, war das noch nie so, dass da so viele Leute waren, dass ich jetzt irgendwie nicht den Abstand hätte einhalten können, außer wenn du halt jetzt vielleicht mal dran vorbeigehst oder so, aber sonst war da immer genug Platz und trotzdem hat der halt zu und denkt man sich auch so, hey, mit welchem Sinn macht man das? So, ich finde das generell schwierig immer zu sagen, ja, die müssen geschlossen haben, sondern ich würde eher Regeln ausstellen, unter welchen bestimmte Läden offen haben dürfen und wenn sie es nicht einhalten können, müssen sie halt schließen so. Es gibt bestimmt Zoos, da macht Sinn, dass die zu sind. Es gibt aber bestimmt sehr, sehr viele, die man auch ohne Probleme weiterhin hätte offen haben können. ...masken ungefähr so oder so anziehen. Digga, hat der seine Maske eigentlich wirklich so angehabt oder ist das so ein Ausversehen-Foto, wo die hochgerutscht ist, Digga? Ich komme da nicht drauf klar, Alter. Wird wahrscheinlich prima funktionieren. Ich nehme an, da steckt sich niemand an. In Deutschland gab es ja zum Beispiel auch Superspreading-Events, in Fleischanlagen oder in Kirchen, ist aber weiterhin geöffnet, weil das ist nämlich sehr wichtig. Kunst und Kultur kann man zumachen, ganz egal, wie das Hygienekonzept ist, das ist leider viel zu riskant, aber Kultur mit unsichtbaren Freunden, die man dann anbeten kann, das ist wichtig. Beten, das geht nicht zu Hause oder über Videokonferenz, da muss man auf jeden Fall in die Kirche gehen. Prioritäten. Ach Gott, jetzt hilf mir doch bitte, ich ertrag das alles nicht mehr. Die Frage, warum Kunst und Kultur komplett runtergefahren wird, während die Leute weiterhin in die Innenstadt gehen können, um sich irgendeinen Krempel zu kaufen, den sie vermutlich eh nicht brauchen, wurde auch an den Vogonen und den Finanzroboter gestellt. Als Antwort kam dann nur, dass man ja die Kontakte verringern wolle und deswegen Freizeitaktivitäten ja mal ein bisschen einschränken könne. Sonst rühmt man sich damit, das Land der Dichter und Denker zu sein, aber wenn es dann drauf ankommt, dann kann man Kunst und Kultur einfach komplett dicht machen, aber shoppen gehen, das ist wichtig. Ja, vor allem, ich meine, wenn dann, also du gehst auch genauso shoppen mit Freunden, wie du halt, keine Ahnung, also in ein Museum vielleicht gehst mit irgendeinem Kollegen oder mit deiner Freundin oder sonst irgendwas, also ich finde, das macht halt gar keinen Sinn. So, du darfst jetzt, ich darf jetzt quasi mit meiner Freundin oder mit einem Kollegen, Timo oder so, dürfte ich jetzt halt in die Stadt gehen und shoppen, da würde kein Polizist was sagen, weil zwei Haushalte, aber zusammen im Museum oder keine Ahnung, in den Zoo dürften wir halt nicht, weil der halt geschlossen ist und ich meine, wir waren ja auch schon mal shoppen, da wollte ich mir auch ein neues Handy holen, das hat nicht geklappt, dann haben wir, waren wir bei Zara zum Beispiel und ich meine, war jetzt nicht so, dass das komplett voll ist, aber da hattest du auch keinen Abstand zu den Leuten, da sind auch alle einfach so rumgelaufen, wie sie wollten und das war genau so ein geschlossener Raum, also ich weiß nicht, man, das ist so, ich finde so viele Dinge machen das einfach keinen Sinn und ganz ehrlich, also ich bin ja auch pro, dass man das einschränken muss und ich weiß ja auch, dass es gefährlich ist und so weiter und man, es macht ja auch Sinn, Sachen zu verbieten, so bin ich ja auch nicht, aber genau mit solchen komischen Regelungen, die du da findest, die halt jeder, der minimal nachdenken kann, einfach hinterfragt und sich denkt, hä, was, warum, so, ähm, den, äh, den kannst du halt in die Arme von so Querdenkern und sowas treiben, weil du dir natürlich auch dann so denkst, also warum ist denn die Regierung so dämlich, warum machen die das denn gerade? Und zurück zu den anderen Krankheiten, an denen jährlich zigtausende sterben. Als Ursachen dafür werden von etlichen Ärzten Dinge angegeben wie Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Stress, Rauchen und Alkohol. Wird das besser in einem Lockdown? Stress, Rauchen und Alkohol. Äh, okay, ich wollte mal gucken, wenn der Körper nicht genug geför, verliert deine Leistungsfähigkeit, sobald ich einfach die stabilisierende Muskulatur ab, stofffähig, so ein Kreis, das ist weniger belastbar und auch die Psyche leidet. Pro Woche 5x30 Minuten Bewegung. Boah, Digga, jeden Tag. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich halt nicht mehr keinen Fußball mehr habe, bewege ich mich auch deutlich weniger. Das ist leider schon richtig, ne? Sollte man eigentlich mal echt was gegen machen. Ernährung. Viele Krankheiten werden direkt oder indirekt durch die Ernährung beeinflusst, zu viel zu fett, zu süß, zu einseitig, zu wenig Ballaststoffe, herrscht ein Ungleichgewicht. Okay, na gut, da achte ich halt ein bisschen drauf, auf jeden Fall. Übergewicht. Da kann man für zu chronischen entzündlichen Prozessen im Körper und verändert den Stoffwechsel. In Deutschland gelten 67% der Männer und 53% der Frauen als zu dick. Digga, wen willst du ein? Ihr müsst euch überlegen, zwei Drittel aller Männer in Deutschland sind einfach zu dick. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Digga, dass zwei Drittel aller Männer zu dick sind. Ich will jetzt mal mein BMI ausrechnen, gerade mal hier. Ja, komm, mach einfach, man soll, Alter, ich bin 25, ich bin 1,85 und ja gut, ich weiß gar nicht, wie viel ich wiege, sagen wir mal 82. 24, Digga, bin ich aber auch schon fast im Übergewicht. Wann wäre ich im Übergewicht? Über 26 steht da. Nee, über 25. Mit 86, wenn ich noch 4 Kilo aufnehme, habe ich quasi Übergewicht. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Ey, weil das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Also, ich weiß nicht, Mann, also das ist irgendwie, ja, vor allem, ich meine, da musst du ja auch noch Muskelmasse drauf tun. Ich meine, ja, bei mir jetzt nicht viel, aber ihr wisst schon. Stress bei Dauerstress, Zillenbodenstoffen im Körper, Dienerphienständiger, die beeinflussen, da schaden unter anderem dem Blutgefäß, des Mundsystems oder der Psyche. Tja, Rauchen, Zigarettenrauchen hält neben Zellgift, Nikotin, auch über 90er, bis zu kräftigen Stoffen, die am Tag für praktisch jedes Organ im Körper geschickt. Das Leben von Rauchern verkürzt sich darum im Statt um 11 Jahre. Das ist so eine Sache, die ich jetzt einfach überhaupt nicht verstehe. Warum raucht man? Also, na klar, es ist eine Sucht, aber ich meine, man kann ja auch gegen Süchte etwas machen, so, dann sollte man sich Hilfe suchen oder sonst irgendwas. Ich meine, wer ist denn so dumm und wirft einfach im Schnitt 11 Jahre seines Lebens weg? Also, ich stehe doch nicht auf und denke mir so, oh Digga, ich habe richtig Bock 11 Jahre vorher zu sterben, ey, erst mal eine Kippe anzünden. So, ich check das nicht, Digga, ich check das wirklich einfach nicht, absolut dämlich. Alkohol schickt viele Organe, führt zu Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhte Krebsgefahr. Dabei macht die Dosis das Gift. Männer sollten täglich nicht mehr 20 Gramm Alkohol, zum Beispiel ein halbes Bier. Frauen ein Achtel Wein trinken. Warum wird bei Männern mit Bier gerechnet und bei Frauen mit Wein sehr sexistisch? Wann habt ihr das letzte Mal Alkohol getrunken? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Also, ich das letzte Mal, als die Eltern von Gina da waren. Ich glaube, das müsste jetzt sogar einen Monat her sein ungefähr. Also, vier Wochen. Ich habe seit vier Wochen nichts mehr getrunken. Es ergibt sich aber auch einfach nicht, ne? Beziehungsweise, ich muss halt auch echt sagen, wenn halt Leute da sind, ich will auch einfach weniger trinken, habe ich gesagt, ja, lass lieber kippen als Alkohol trinken und dann ist das Thema auch vom Tisch, Schnämmischkonsum ist eigentlich gut. Alkohol. Wird das besser in einem Lockdown oder Shutdown? Wohl eher im Gegenteil. Also, man verhindert damit eine andere Krankheit und begünstigt ein paar andere. Depressionen sind auch so eine Sache. Davon sind jährlich in Deutschland fünf Millionen Leute betroffen. Ebenfalls ähnliche Begründungen dafür, wenn man zu wenig rausgeht. Ja, Rauchen nimmt lustigerweise keinen Stress weg, sondern der Stress kommt erst durch die Nikotinsucht, weil der Körper Nikotin will. Wenig Bewegung hat, Stress hat, Existenzängste hat. Sowas begünstigt das alles. Das sollte man jetzt nicht unbedingt so auf die leichte Schulter nehmen und mich stört es schon ziemlich, wie dann immer Leute sagen, ja, stell dich mal nicht so an sich. ich finde alleine trinken halt auch mega langweilig irgendwie, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich habe noch nie alleine mich hingesetzt und einfach Alkohol getrunken. Weil ich weiß nicht, für mich ist das halt einfach so eine Gesellschaftsdroge halt. Wenn jetzt zum Beispiel Leute da sind und man will sich einen chilligen Abend machen, ich meine, Alkohol ist halt, du bist, wie heißt es denn hier, du bist ein bisschen offener, lockerer einfach, weißt du so, es ist ja stimmungserhellend erstmal der Anfangseffekt, bis es dir dann irgendwann schlecht geht so und du müde wirst. Aber der Anfangseffekt ist ja eigentlich ganz cool, so weißt du. Und aber so alleine, keine Ahnung, was soll ich jetzt hier am Computer sitzen, eine Runde Call of Duty zocken und saufen, so weißt du, das macht für mich einfach keinen Sinn. So, worüber man vielleicht noch streiten kann, was mal vielleicht ganz cool ist, ist vielleicht, wenn du mit anderen im Discord bist oder so und die Kamera anders und jeder trinkt irgendwie ein bisschen was, aber weiß ich nicht, fühle ich auch nicht so krass. Weiß ich nicht, aber so, finde ich ist halt, das ist auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, sehe ich keinen Sinn darin, gerade einfach zu trinken. Und ich meine, man hat ja auch hin und wieder mal beim Fußball irgendwie nach dem Training vielleicht mal ein Bier getrunken oder so, das fällt ja momentan auch einfach alles weg. Schlimm ist das nicht. Also, Depression ist jetzt nicht unbedingt so ein großer Spaß und einem Depressiven zu sagen, ja komm, hab dich mal nicht so, bleib halt nochmal einen Monat zu Hause und triff dich mit niemandem, klingt schon so ein bisschen zynisch. Ich weiß, man versucht damit Menschenleben zu retten, aber vielleicht zerstört man damit welche auf der anderen Seite. Könnte man zumindest mal drüber reden, was Depressionen begünstigen und Stress auslösen könnte, wäre ja zum Beispiel auch Existenzangst. Wenn einem der Laden zugemacht wird und einem das ganze Jahr über schon nicht nur in den beiden Lockdowns ein paar Einnahmen flöten gehen, weil man bestimmte Dinge untersagt bekommt oder eingeschränkt bekommt, dann sagt die Regierung zwar, ja, wir überlegen uns da irgendwas, wir machen da so ein Hilfspaket, ob man sich darauf verlassen kann. Kann ja auch sein, dass der Topf dann vielleicht schon leer ist, weil die Gelder an Firmen wie Lufthansa oder TUI gegangen sind in Milliardenhöhe. Übrigens Firmen, die mehrere Tochterfirmen in Steueroasen haben, weil sie in Deutschland nicht so gerne Steuern bezahlen wollen, aber dann sagen, oh, wir haben gerade Einnahmeneinbußen, könnt ihr uns vielleicht aus Steuergeldern ein bisschen retten? Also wir zahlen die trotzdem nicht und wir entlassen vielleicht doch trotzdem Mitarbeiter. Wer weiß, vielleicht kommt das ja bei den Mitarbeitern unten an, vielleicht nicht. Mal gucken, wir sind ja eine private Firma und können mit dem Geld machen, was wir wollen, aber könnte uns nicht vielleicht noch eine Milliarde geben? Ein Argument, was immer wieder für Shutdown und Maßnahmen genannt wird, was ich natürlich auch teile, ist die Angst vor zu vollen Intensivbetten. Dass die irgendwann alle belegt sind, Leute ins Krankenhaus fahren, die das wirklich gebraucht hätten und man dann keinen Platz mehr für die hat. Hätte man vielleicht auch ein bisschen angehen können, indem man andere Krankheiten ein bisschen verringert von Leuten, die immer wieder in die Intensivbetten kommen, aber das mal nur so am Rande. Aber was wäre, wenn es eine Gruppe Leute gäbe, die teilweise Pflegefälle sind und das gar nicht möchten und das Pflegepersonal, was für die zuständig ist, einfach frei werden würde? Und zwar wurde Sterbehilfe legalisiert Anfang des Jahres. Wenn Leute zum Beispiel durch einen schweren Unfall oder durch eine schwere Krankheit einfach nur noch leiden und man auch weiß, dass es nicht mehr besser wird, dann wurde diesen Leuten zugesagt, dass sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen dürfen. Und dann wären diese Leute einfach würdevoll weg. Also, man muss die jetzt nicht unbedingt da grausam verenden lassen, sondern ein angenehmes Ende, was sie sich selber aussuchen. Und was macht unser netter Gesundheitsminister, nachdem das vom Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht, was wir haben, entschieden wurde? Ja, der sagt, nö. Wobei, das war im März und der macht das immer noch. Danke, Jens. Vielleicht könnte man so ein bisschen Plätze in Krankenhäusern oder anderes Pflegepersonal freischaufeln, aber man kann die Leute auch weiterhin leiden lassen. Manche Leute liegen vielleicht jetzt auch in Intensivbetten. Ich verstehe sowas ehrlich gesagt halt auch nicht, weil ganz ehrlich, also gerade, wenn man so einen Unfall oder sowas hatte, also da sollte doch einfach jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er das halt möchte oder nicht. Also zumindest, dass man halt die Möglichkeit hat. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die halt einfach Krankheiten haben, die du halt nicht besiegst und die mit der Zeit halt immer weiter voranschreiten und immer schlimmer werden und du dann irgendwann halt einfach daran zugrunde gehst und dich halt irgendwann nicht mal mehr mitteilen kannst, weil du zum Beispiel nicht mehr reden kannst oder dich nicht mehr bewegen kannst oder so. Und dann werde ich eigentlich vorher die Möglichkeit haben zu sagen, okay, naja, ich würde das dann jetzt halt gerne beenden, bevor man vielleicht sogar noch irgendeinen qualvollen Tod stirbt, weil du irgendwie erstickst oder sonst irgendwas. Das verstehe ich halt nicht so. Also ich verstehe es vor allem auch nicht so, Jens Spahn, wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt, ich meine, ich habe nichts mit dem zu tun, und ich kenne den nicht. Der ist, keine Ahnung, vollständig gelähmt, der will nicht mehr, der kann nicht mehr, der ist psychisch komplett am Ende, dem kann nicht geholfen werden. Und der Arzt schickt mir einen Bericht von dem, warum sollte ich da Nein sagen? Ich kenne den doch überhaupt nicht, wenn der damit zufrieden ist und der Arzt auch sagt, ja, macht schon Sinn. Warum sage ich da dann Nein? Ich verstehe das halt nicht. Wenn man das jetzt im Verwandtenkreis vielleicht nicht kann, dann kann ich das nur verstehen, weil man da halt dann sich gegenseitig liebt und so weiter. Aber ich verstehe das nicht. Also ich finde halt, dass man auf jeden Fall da das Sterberecht halt haben sollte. So wenn ich halt sterben möchte, dann sollte ich auch das Recht dazu haben. Warum hat jemand das Recht, mir das zu verwehren? Also ich verstehe das halt nicht. durch Folgen schlechter Ernährung. Aber das Problem wird zum Glück angegangen von unserer großartigen Ministerin Julia Klöckner, die sich dann mit dem Nestlé-Chef trifft und sagt, hey, können Sie bitte ein bisschen weniger Zucker und Fett in das Essen machen? Und er sagt, ja, ja, danke. Wir von der Firma Nestlé finden das gut. Und dann sagt Julia, hey, ich finde das auch gut, wenn diese Firma sagt, dass sie das in Zukunft jetzt vielleicht machen. Dann machen die das bestimmt auch. Äh, super Lösungsansatz. Und somit wir beim nächsten Problem sind. Lobbyismus. Bei den anderen Krankheiten stand ja zum Beispiel auch als Ursache dabei, dass Lungenerkrankungen auftreten können durch Luftverschmutzung. Zum Beispiel dadurch, wenn man zu viel Kohle verbrennt. Aber fragt ihr euch auch, warum die Energiewende in Deutschland so langsam vorangeht und zum Kohleausstieg erst in weiter, weiter Ferne irgendwann passiert? Ich habe da so eine Vermutung. Laut Gesundheitsministerium sterben übrigens jährlich 120.000 Leute an den Folgen von Tabakkonsum. Und die fallen auch nicht einfach um, sondern landen auch öfter mal im Krankenhaus. Manche sogar in Intensivbetten und sind eine Belastung fürs Gesundheitssystem. Trotzdem findet man Zigaretten in jedem Supermarkt und es wird alle paar Jahre mal ein bisschen so eine Kleinigkeit ein bisschen eingeschränkt. Aber man kann das immer noch überall kaufen und ist es sogar aktuell immer noch Plakatwerbung erlaubt. Das soll erst nächstes Jahr abgeschafft werden. Wenn man sich jetzt fragt, warum das so langsam vorangeht. Hm, Philip Morris, die Firma hinter Marlboro. Oh, JTI, die Firma hinter Camel und das Bündnis für tabakfreien Genuss. Ist das irgendwas, um mit dem Rauchen aufzuhören? Irgendeine Firma gegen Tabak? Ah, nicht ganz. E-Zigaretten. Ist trotzdem Nikotin drin. Vielleicht ein bisschen anders als normale Zigaretten. Gesund ist das aber auch nicht. Aber wie löst man diese Probleme? Bei E-Zigaretten weiß man das ja irgendwie noch gar nicht oder so, ne? Soweit ich weiß, ob die jetzt wirklich schädlich sind oder nicht. Gibt irgendwie Berichte, die das sagen. Gibt aber auch voll viele, die das irgendwie widersprechen. Ich bin da gar nicht im Thema drin. Also ich würde mich generell von sowas einfach fernhalten. Ich weiß, ich glaube, voll viele Leute denken halt auch, dass es cool ist, irgendwie so eine E-Zigarette zu smoken und dann so tonnenweise Rauch rauszuhauen. Also wer das cool findet, Digga, der hat sein Leben sowieso schon, der ist vorbei, Digga. Da, was soll ich dazu sagen? Also ich finde das echt, also jeder Mensch muss das natürlich für sich selbst entscheiden, aber das ist halt überhaupt nicht cool. Und ich glaube, also voll viele Leute, wenn ich das so sehe, die tun immer so, auch so richtig cool, weil so, so, als ob die so der Macker sind, Digga. Junge, du bist einfach ein Cringe-Kick mit einer E-Zigarette, Alter. Junge, mach den Kopf zu, ey. Beim Parteitag haben sie ja immerhin eine Tafel aufgestellt, wo sie draufschreiben, wer die ganze Partei gekauft, ähm, unterstützt hat. Einzelne Politiker stehen da ja nicht dabei. Dafür gibt es aber auch einen ganz netten Lösungsansatz. Ich will in diesem Zusammenhang meinen Vorschlag wiederholen, dass jeder, dass jeder die Firmenlogos der Firmen, für die er oder sie arbeitet, auf den Jacketts tragen muss. Da würde manch einer hier im Plenum aussehen wie ein Formel-1-Fahrer. Das ist die reale Situation. Finde ich aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Also ist wahrscheinlich schwer umsetzbar, aber ich würde sowas halt echt cool finden, ne, weil, keine Ahnung, und das Ding ist ja, also voll viele Minister und Politiker und so weiter sind halt in irgendwelchen Führungsebenen von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen großen Unternehmen. Und es ist ja klar, dass wenn du halt Geld durch diese Firma bekommst und wahrscheinlich auch noch die Chance hast, später da Millionen rauszuholen, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jemand, der jetzt bei VW ist oder so und da im Bundestag ist, der wird ja nicht, äh, auf einmal irgendein Gesetz rausbringen, was die Autoindustrie schaden tut, was der Autoindustrie schadet. So, sondern der wird ja schon auch gucken, dass halt die Interessen dieser Firma halt gedingst wird. Ähm, deswegen, also grundsätzlich, dass man halt einfach weiß, wer wo wie noch angestellt ist, würde ich halt cool finden. Ob man das Ganze halt jetzt mit so Aufkleber macht, es wäre schon lustig, Digga. Aber ich glaube halt wirklich, dass manche Leute dann echt einfach hier komplett vorne einfach voll sind. Das wäre schon sehr lustig. Aber wie gesagt, wahrscheinlich halt sehr, sehr schwer umzusetzen. Zum Thema Corona-Maßnahmen hätte ich eine Ehre. Ja, schade, die Linke hat schon ein paar gute Sachen irgendwie, die die da mal raushauen, wäre halt auch einfach lustig. Ich wäre aber, ich verdiene zu viel Geld, Digga. Ich kann den nicht wählen. Das ist nicht pragmatische Lösung. Man macht alles wieder auf, man muss auch keine Maske mehr tragen, aber jeder Bürger bekommt einen solchen Ball. Dann wird der Mindestabstand hundertprozentig sicher eingehalten. Man kann sich auch nicht gegenseitig ranhusten. Man kann sich dann einen Rucksack mit einem Fresspaket oder so mitnehmen und kann hingehen, wo man möchte. Aber man ist halt in diesem Ball drin. Man kann sich dann auch eine Flasche mitnehmen, falls man mal reinpinkeln muss. Und man kann das dann einfach einen Reißverschluss ein bisschen aufmachen und irgendwo hinschütten. Das Ganze wird dann von irgendwelchen rumänischen oder bulgarischen Saisonarbeitern weggemacht, was vielleicht manche Leute entwürdigend oder unhygienisch finden, aber hat euch ja bei Fleischfabriken oder in der Landwirtschaft vorher auch nicht gestört. Also schlimmer werden wird es dadurch ja nicht. Zusätzlich möchte ich euch natürlich ans Herz legen, nicht mehr CDU oder SPD zu wählen. Wenn die so vollgestopft sind mit korrupten, machtgeilen Lobbyisten, dann wählt die doch einfach nicht mehr. Geht doch das nächste Mal zur Wahl und wählt einfach was anderes. Aber nicht diese beiden Parteien. Bitte. Danke. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. MP ist der Beste, was? MP ist der Beste. Ja, moin Digga. Alles klar. MP wieder am Start, oder was? Ja, gutes Video. Video.